Das Kraftwerk Rialp in der katalanischen Provinz Jejida musste auf Antrag des Wasserverbandes Ebro die Stromproduktion einstellen, bis der Pegel des Stausees wieder steigt. Derzeit ist der See zu weniger als 6% gefüllt. Normalerweise wird das Wasser für die Wasser- und Stromversorgung der Bevölkerung benutzt. Der Stausee kann also nicht geleert werden. Die Wasserversorgung hat aber Priorität. In Katalonien gibt es weitere sieben Kraftwerke, die wegen der Trockenheit, von der Schließung oder von der Reduzierung der Produktion bedroht sind. Darunter das Kraftwerk Camarasa in der Provinz Jejida. Wir müssen bis ins Jahr 1989 zurückgehen, um eine so niedrige Produktion zu finden, wie wir sie in diesem Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Juli erreicht haben. Es ist über 30 Jahre her, dass die Wasserkraftproduktion so niedrig war. Vor einem Jahr produzierten die Wasserkraftwerke noch fast 15% der Gesamtenergie Spaniens. Jetzt erreichen sie nicht einmal mehr die Hälfte davon. Auch die erneuerbaren Energien, wie die Windkraft, haben ihre Produktion wegen des Windmangels aufgrund der Hitzewellen reduziert. Die Produktion ist im Vergleich zum letzten Jahr um fast 10% zurückgegangen.